herzlich willkommen bei einer neuen folge mario kart heute spielen wir wieder grand prix 150 ccm mit martin fahrzeuge bleiben gleich strecke ändert sich was haben wir noch nicht die hier nehmen wir fortkappen let's go auswahl amsterdam wir haben leichte probleme ein moment weiter geht's die probleme sind weg denke ich mir jetzt ist flüssig wenn es euch gefällt und ihr gerne mehr schauen möchte dass gern leichter und noch besser ein abo damit ihr nichts verpasst vollgas warum ich? ach so ich bin am ersten platz so nächste runde und letzte runde ich hoffe diesmal gewinnen wir den pokal mit drei sternen nein oh ach klar mich trifft genau ein grüner panzer und schon wieder nee das kannst du nicht gewinnen nee fünfter platz ach komm schon das kannst du nicht gewinnen nächstes rennen nächstes rennen also wie die gegner gepolt sind kannst du vergessen los ufer park und jetzt schon bananen bremsen und ich geh den roten panzer oder? ah keine Ahnung ich hoffe die hat gar nichts mehr ich hoffe die hat gar nichts mehr so schon mal erste runde vorbei und da war schon wieder ein grüner panzer ich kann nicht mehr ehrlich natürlich jawohl so zweite runde und hundert prozent kommt jetzt sogar ein blauer panzer und holt mich ich habe nämlich immer so pech ich habe schon mal irgendwas gegen panzer egal egal erster platz bitte bitte ja noch vor dem treffer vom roten panzer immerhin zweiter platz nächste runde dk schikaner jetzt wird gerutscht ganz kurz ich habe eine blöcke so musste kurz erledigt werden sorry ich habe keine Lust auf Lücken mit dieser musik habe ich irgendwie lust auf pokémon ich habe eine blöcke ich habe mir eine blöcke ich habe mir eine blöcke auch ich habe mir Ich habe nur Pech bei 150, ich weiß ja gar nicht, wie das bei 200 wird. Also das ist mir richtig schlimm. Mich überholt echt ein Kugel, Willi, oder? Kannst du mich jetzt sehen? So, komm schon, jetzt nochmal hier ein Boost, vielleicht hier ein Boost und nochmal hier rein boosten. Ich muss nur den ersten Platz behalten. Oh, der Kugel-Panzer. Guck schon. Mehr Boost geht da nicht. Oh mein Gott, ich habe den ersten Platz geschafft. Ernsthaft, durch den blauen Panzer. Ausnahmsweise mal danke, blauer Panzer. Kann er nicht sein. Das war so knapp. Ich führte die letzte Runde Yoshis Island. Wie kann man da durchfliegen? Durch diesen Kreis, der da war. Kurz zum Ziel. Hat da jemand Ahnung? Oh, ich habe FPS-Einbrüche im Moment. Weiter geht's. Sorry für die Unterbrechung. Heute kommt ein Ersatzkabel extra heute Morgen bestellt, damit es heute ankommt. Ich bin nicht über das alte Kabel drüber gefahren von Elgato. Dementsprechend muss ich Ersatzkabel bestellen. Und da der Support von Elgato mir dann nicht hilft. Sondern darauf beruht, dass ich unbedingt einen Garantie-Nachweis haben muss. Wo ich gesagt habe, ich habe den schon links abgelaufen. Na ja. Oops. Was ist das? Ach, da war ja was. Ah! Nein, auch noch mit diesem... Ach, jetzt kommt man da durch. Krass. Ich hab's noch nie gehabt. Also man muss echt dieses Ding erwischen. Diese Fragezeichenwolke. Ach, komm schon. Ich will wenigstens den zweiten oder dritten. Ach, nö. Jetzt einholen, bitte. Außer liegt irgendwas dazwischen. Sehr schön, erster Platz. Und am Ende? Ja, erster Platz. Aber? Wie viele Sterne? Einen, oder? Nee, nicht mal einen. Okay. Wenn's dir bis hierhin gefallen hat, lass gerne ein Like. Oder auch ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und auch ein Kommentar. Falls du Einwände hast. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.